Na Pelle, Digital Detox oder... Wieso? Na, wegen deinem Wikinger-Outfit. Nee, heute will ich mal das Kriegs-Dial zur Seite legen. Schau. Aha. Ja, weil ab sofort möchte ich mich noch intensiver, noch intensiver mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen. Aha. GfK, sagen die Profis. Das ist kein Material, um Boote zu bauen. Ja, das heißt, glaube ich, so ähnlich. Und was hast du da jetzt für ein Buch? Ja, da sind Anregungen für GfK für jeden Tag drin. Oh, das finde ich ja cool, ja. Und, da willst du uns heute was vorlesen? Ja, und zwar ein Zitat. Aha, dann lies mal. Von Albert Schweitzer. Ja, der Mensch muss damit aufhören, seine Probleme aus seiner Umwelt zu schieben und lernen, seinen Willen zu üben. Seine persönliche Verantwortung im Bereich von Glauben und Moral. Aha. Ist aber jetzt auch erstmal schwer zu verstehen. Na ja, ich habe mir dazu meine eigenen Gedanken gemacht. Aha. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, ich sage dir mal ein Beispiel. Den einen Abend hast du mich gefragt, ob ich mit dir zum Tanzen gehe. Ja. Und da habe ich zu dir gesagt? Du hast gesagt, nee, ich komme nicht mit, weil Laura Lotte will das nicht. Ja, das habe ich gesagt. Ja. Ja. Und wie war das für dich? Na ja, ich habe gedacht, boah, der ist aber abhängig von Laura Lotte und lässt sich von der da reinreden. Ja, siehst du? Das ist der völlig falsche Eindruck bei dir. Aha. Und, was hast du jetzt dazu gelernt? Na ja, meine Probleme nicht auf andere zu schieben und zu sagen, ich komme nicht mit, weil Laura Lotte das gesagt hat, sondern meine Verantwortung selber in die Hand zu nehmen. Ha, und wie geht das? Na ja, ich hätte zum Beispiel sagen können, ich komme nicht mit, Punkt. Ja, das ist schon mal gut. Aber da würde mir jetzt fehlen, warum, weil ich würde mich ja auch freuen, wenn du mitkämpfst und möchte gerne verstehen, warum du nicht mitkommst. Ja, dann würde ich noch anfügen den Satz, wenn ich mitkäme, würde das Laura Lotte belasten. Aha. Und das möchte ich nicht. Aha. Interessant. Ja, siehst du? Da bin ich dabei zu sagen, was ich möchte und nicht, dass er anders bestimmt hat, dass ich nicht mitkann. Aha. Ja. Ändert jetzt aber am Ergebnis nichts, aber macht es für mich nachvollziehbarer. Siehst du? Ja, kann ich eher nachvollziehen, dass du Laura Lotte nicht verärgern willst oder traurig machen willst oder so. Fühlt sich für mich eigentlich irgendwie besser an, als wenn du sagst, ich kann nicht, weil Laura Lotte das gesagt hat. Siehst du? Das ist GFK. Weiter so. Auch! Fra ripped nach. Silht look. 145-005-005-004-005- restart. So 156-005-005-005-005-007-"? Vielen Dank.